Herzlich willkommen zu Astlepios Informationssendung. Nicht immer bemerken wir, dass wir eine gefährliche Krankheit in uns tragen. Manche machen sich bemerkbar über Schmerzen zum Beispiel, andere nicht. Und zu denen kann das Hirnaneurysma gehören. Das ist eine Ausweitung, eine Aussagung einer Ader, eben zum Beispiel im Gehirn. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist Dr. Bernd Eckert, er ist leitender Arzt der Neuroradiologie an der Astlepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Eckert. Sagen Sie uns ein Hirnaneurysma, was genau ist das? Es ist eine Aussagung der Wand von einer Gehirnader. Und das ist erstmal zunächst nur eine ganz umschriebene Schwäche der Gefäßwand. Und durch die permanente Pulsation des Blutstroms gibt diese Schwäche nach. Dann entsteht eine Ausbeulung, bis es schließlich zu einer richtigen, kräftigen Ausbeulung kommt. Und das ist dann eine Aussagung der Gefäßwand. Und das nennen wir dann ein Aneurysma. Und das ist deswegen gefährlich, weil es irgendwann nicht nur der Blutstrom da reingeht, sondern weil auch die Gefäßwand labil wird und einreißen kann. Und dann führt es zu einer Blutung und die wird dann gefährlich. Aha, das heißt also, das Gefährliche ist, dass das Blut immer wieder hineingeht und raus. Dass sozusagen immer wieder so eine neue Dehnung und Entdehnung erfolgt, kann man das so sagen? Ja, es ist einfach eine chronische Beanspruchung dieser ohnehin schon labilen Gefäßwand. Und irgendwann ist sie nicht mehr stark genug, den Blutstrom standzuhalten. Und dann reißt es ein und dann führt es zu diesem Blutung. Sie sagten eben, das ist eine Schwäche der Gefäßwand. Was heißt das jetzt? Also was ist die Voraussetzung, damit man sowas bekommt? Also das ist noch nicht eindeutig geklärt. Welcher Mensch kriegt Aneurysmen, welcher Mensch kriegt keine. Das ist einfach in der Entstehung dieser Blutgefäße gibt es kleine Stellen, insbesondere an den Stellen, wo Gefäße abgehen. Also immer an den Kreuzungen der Adern. Dort können ganz kleine Stellen entstehen, wo die Gefäßwand eben schwach sind. Das ist einfach während der Entstehungsgeschichte dieser Adern. Auch sehr früh kann das sein. Kommt es zu den Schwachstellen. Es gibt allerdings schon genetische Dispositionen. Also wir wissen von bestimmten Krankheiten, von Patienten, die das häufiger haben. Und dann gibt es auch eine familiäre Häufung. Das heißt, es muss einen genetischen Faktor geben. Der ist zwar noch nicht identifiziert, aber wir wissen, dass Patienten, deren Eltern oder nahe Verwandte ein Aneurysma hatten, auch ein höheres Risiko haben, ein Aneurysma zu bekommen. Und gibt es da auch so eine Häufung bei Männern oder Frauen oder eben bestimmten Adern? Es gibt eine leichte Häufung bei Frauen. Es gibt aber auch vor allen Dingen in verschiedenen Völkern verschiedene Häufigkeiten. Man weiß, dass es in Finnland, aus welchen Gründen auch immer, Aneurysmen häufiger sind als zum Beispiel in Zentraleuropa. Warum das so ist, ist unklar. Wie viele Patienten haben sowas? Es sind nicht viele, aber es sind auch nicht ganz wenige. Also es sind zwischen 1,5 und 3 Prozent der Bevölkerung in Europa haben so ein Aneurysma. Die es dann wissen oder eben auch nicht wissen. Die meisten wissen es natürlich nicht. Genau, denn das ist ja unter Umständen eine Erkrankung, die gar keine Symptome hat oder kann sie auch Symptome haben? In der Regel hat sie keine Symptome. In der Regel werden diese Aneurysmen zufällig gefunden. Wenn man zum Beispiel ein MR macht, ein Kernspintomogramm, um Kopfschmerzen abzuklären, dann entdeckt man sowas. Das ist ein Zufallsbefund und da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Darüber können wir gleich noch sprechen. Das klassische Symptom ist, was ich eben schon sagte, wenn die Gefäßwand einreißt, dann kommt es zu einem heftigen Kopfschmerz. Ein Kopfschmerz, wie man ihn bis dahin noch nie erlebt hat. Der ist so heftig, dass er einen in die Knie zwingt, kann man nahezu sagen. Die Patienten werden ganz häufig ohnmächtig, kriegen dann nach Schmerzen in der Nackengegend. Das ist ganz typisch. Und das ist auch, wenn man natürlich viele Jahre schon viele Arten von Kopfschmerzen kennt, ist das ein Kopfschmerz, der so heftig ist, dass man ihn so noch nie erlebt hat. Also da führt das in der Regel dazu, dass man automatisch den Krankenwagen ruft oder zum Arzt geht. Also dann ist der Punkt gekommen, wo es eingerissen ist. Dann wird es gefährlich, dann wird es potenziell lebensbedrohlich. Das ist die Maximalvariante. Es kann aber auch sein, dass das Aneurysma immer größer wird und auf Hirnnerven drückt. Zum Beispiel kriegt man dann Doppelbilder oder man kriegt Sehstörungen. Solche Dinge können passieren, wenn ein Aneurysma immer größer wird, auf andere Strukturen im Gehirn drückt, ohne dass die Gefäßwand einreißt. Also das kann es auch mal geben. Das würde man aber auch mit der Kernstofftomographie erkennen. Dann hat man etwas mehr Zeit, das Aneurysma zu behandeln. Wenn man es zufällig entdeckt hat, hat man viel Zeit. Das kann man sich in Ruhe überlegen. Wenn es eingerissen ist, hat man keine Zeit. Dann muss es schnell passieren. Ja, also die Folgen, wenn man es nicht behandelt, wenn es auf etwas draufdrückt, das kann dann bedeuten, dass es Lähmungen zum Beispiel auch gibt. Klassischerweise kriegt man Doppelbilder. Weil es ist ein Nerv, der zum Auge zieht, wird gedrückt und dann kann man das Auge nicht so bewegen, wie man möchte. Und dann kriegt man Doppelbilder. Und dann sollte man, aber das gibt vielfältige Ursachen für Doppelbilder, dann muss man auf jeden Fall zum Arzt gehen und das abklären lassen. Naja, die Frage ist ja, lässt man es behandeln oder lässt man es nicht behandeln? Und da fragen sich ja dann viele Patienten, was könnte denn dann passieren, bevor es eben reißt. Also das ist eben die Frage. Also das ist das, womit wir uns ja sehr häufig beschäftigen, dass, so wie wir beiden jetzt zusammensitzen, ich mit einer Patientin oder einem Patienten zusammensitze und wir überlegen, was machen wir nun mit seinem Aneurysma. Klassischerweise wird das eben entdeckt über eine Kernschmer-Tomografie. Und wir empfehlen dann immer eine diagnostische Aneurysma, das heißt eine Katheteruntersuchung. Da wird eine Puktion, da wird die Leistenarterie punktiert, dann wird der Katheter bis zur Halsarterie, nicht bis zur Gehirnarterie, sondern bis zur Halsarterie vorgeschoben. Dann geben wir Kontrastmittel und wir können uns das Aneurysma dann sehr genau angucken, mit 3D-Messungen und so weiter und so fort. Wir können genau beurteilen, wie groß ist das Aneurysma, hat es vielleicht eine Schwäche, eine zusätzliche Wandschwäche, eine lokale Ausstülpung noch und wie kann man es behandeln. Und anhand dieser Angiografie gucken wir uns das zusammen mit dem Neuschirurgen an und es gibt ja auch noch die Alternative, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wie man das behandelt. Entweder wird es operativ entfernt oder auf unserem Wege mit dem Katheter und das gucken wir uns in Ruhe an und dann sprechen wir mit dem Patienten und nehmen alles berücksichtigen, alles was von Bedeutung ist. Das heißt, hat der Patient eine familiäre Belastung, das ist zum Beispiel wichtig. Wenn es in der Familie schon mal solche Aneurysmen gegeben hat, dann hat er ein höheres Risiko, dann sollte man es auf jeden Fall behandeln. Zweitens, wenn das Aneurysma groß ist oder man es unrund ist oder eine lokale Wandausstümmung hat, das können wir in der Angiografie sehr gut beurteilen, ist es auch ein Grund, das zu behandeln. Auf der anderen Seite, wenn wir ein sehr kleines Aneurysma haben, was schön rund ist und der Patient hat keine Risikofaktoren und auf der anderen Seite ist die Behandlung vielleicht, hat ein höheres Risiko, dann würden wir sagen, wir beobachten das. Also das ist von Patient zu Patient unterschiedlich und das werden wir von Fall zu Fall entscheiden. Grundregel ist, je größer das Aneurysma, desto eher soll man es behandeln und je jünger der Patient ist, desto eher soll man es behandeln. Je älter der Patient ist und je mehr andere Erkrankungen er hat, desto gefährlicher wird auch die Behandlung, desto risikoreicher ist die Behandlung, dann würde man eher davon Abstand nehmen. Und da muss man bestimmte Kriterien immer abwägen und dann mit den Patienten überlegen, was man tut. Und wenn Sie sich entscheiden würden zu operieren, welche Möglichkeiten hätten Sie da? Also um das Aneurysma auszuschalten, Möglichkeit 1, das ist das, was es früher immer gab, das ist die offene Operation. Man muss also durch die Schädeldecke direkt zum Aneurysma gehen, man setzt einen Clip von außen auf das Aneurysma und das Aneurysma wird quasi von außen vom Blutstrom abgesetzt. Genau, das heißt, diese Aussackung wird abgeklemmt von der Ader. Genau, abgeklemmt von der Ader, von außen durch diesen Clip. Und unser Weg ist eben auch durch die Leiste, das werden wir immer in Vollnarkose machen, nicht weil es jetzt unbedingt weh tut, aber weil es so eine exakte Arbeit ist, dass wir dazu absolute Ruhe brauchen und eben eine Vollnarkose, dann gehen wir mit einem ganz kleinen Katheter direkt bis in das Aneurysma rein und dann tun wir über diesen kleinen Katheter eine Platinspirale rein, ich zeige Ihnen sie auch gleich nochmal, eine Platinspirale rein und stopfen sozusagen das Aneurysma mit diesen Metallspiralen aus, bis es nicht mehr durchblutet wird. Und dann gerinnt es von alleine zu und das ist sozusagen ein Verschluss des Aneurysmas, nicht von außen, wie bei der Operation, sondern von innen durch den Katheter. Im Effekt ist es das Gleiche, wenn das Aneurysma ausgeschaltet ist, dann ist es verschlossen und dann blutet es auch nicht mehr. Das heißt, wenn ein Patient noch keine Blutung hatte und das Aneurysma verschlossen ist, durch diese Coils, dann droht auch keine Gefahr mehr, dass es blutet, dann ist diese Sorge tatsächlich behoben. Diese Coils, das sind diese Metallspiralen, die Sie uns da auch mitgebracht haben. Ja, ich habe die mal mitgebracht. Sie sehen hier einmal zum Vergleich eine Heftklammer. Die nicht im Körper landen soll. Die sollte nicht da landen, das ist richtig. Und hier haben wir so eine kleine Spirale, das ist eine Platinspirale. Ich fasse sie mal an, ich hebe sie mal so ein bisschen hoch. Ja, da braucht man schon eine Pinzette dafür. Das ist eine ganz kleine, sehr weiche Spirale, eine Platinspirale, die sich dann in Aneurysma reingeschoben und natürlich zusammendichtet. Und dann wird das sozusagen zusammengedichtetes Aneurysma, bis das vollständig ausgefüllt ist mit diesen Spiralen. Wir wollen natürlich versuchen, das Aneurysma zuzumachen. Und die Ader daneben, die muss natürlich offen bleiben. Das ist die Kunst. Manchmal ist es aber schwierig, das zu erreichen. Und dann brauchen wir sogenannte Stents. Stents sind ja bekannt vielen Patienten, weil sie die am Herzen haben. Das ist nichts anderes als ein kleines Metallgitter. Diese Stents, die wir im Gehirn verwenden, sind sehr filigrane, spezielle Stents. Ganz andere als die am Herzen. Und das ungefähr sieht so aus. Hier sehen Sie mal dieses kleine Metallgitter. Und Sie können sich das vorstellen, dass, wenn dieses Metallgitter in der Ader liegt, dann hindert es die Coil daran, dass es in die Ader geht. Und es bleibt dann im Aneurysma. Das ist sozusagen eins der Techniken, die wir heute haben. Denn die Technik entwickelt sich enorm schnell innerhalb der letzten Zeit. Und wir kriegen ständig bessere Coils und ständig bessere Stents. Also wir sind in den Materialien in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Das heißt, sicherer für den Patienten. Sicherer für den Patienten auch andere Materialien als das Platin oder diesem Metall, aus dem diese Coils sind? Nein, in der Regel ist es schon Platin. Es gibt nur bestimmte Beschichtungen, die dazu führen, dass das Gerinnsel schneller gerinnt, das Anerysma zum Beispiel. Und in der Weichigkeit, also in der Flexibilität der Coils und in dem 3D-Verhalten. Also, dass wir das Anerysma vollständig ausfüllen und es hindern, dass es eine Coil in die Ader gelangt. Also verschiedene technische Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Dass es effizienter ist. Das Anerysma kriegen wir eher verschlossen. Und sicherer, dass es zu keinen Komplikationen kommt. Das Metall, die Art des Metalls spielt ja offensichtlich eine Rolle dafür, wie stark das Blut gerinnt. Also, wenn ich es richtig verstehe, soll ja das Blut fest werden in diesem Anerysma, damit die Haut des Anerysma, die Ader an der Stelle eben keinen Blutdruckunterschied mehr erfährt. Wieso funktioniert das gerade mit diesem Metall so besonders gut? Erstens, weil man es gut sehen kann im Röntgenbild. Wir arbeiten ja immer an einem Röntgenschirm und müssen immer das, was wir machen, gut sehen können. Das heißt, es ist gut sichtbar im Röntgenbild. Zweitens, es ist sehr weich. Und drittens, es ist eine elektromechanische Eigenschaft, die bei diesem Metall, Platin, ermöglicht, dass wir es elektromechanisch ablösen können. Das war das Besondere. Wir konnten schon früher, schon sehr viel früher, in den 40er, 50er Jahren, gab es so Spiralen, die man in Adern vorschieben konnte. Aber seit 1991 gibt es eben die Möglichkeit, dass man mit einem zusätzlichen kleinen Stromschuss dazu führt, dass an der Lötstelle zwischen dieser Keul und dem Draht es dazu führt, dass der Keul sich ablöst. Und dann ziehen wir den Draht zurück und die Keul, die Spirale, die bleibt drin. Und das war die technische Neuerung. Und das ist die Herausforderung, die das Metall bieten musste. Diese Eigenschaften musste das Metall bieten und das war bei Platin der Fall. Lötstelle heißt das ja dann auch noch mit Elektrikarbeiten im Kopf? Ja, kleine Kriegströme sind das. Und wir arbeiten, wenn man so will, es wird ein kleiner Strom angelegt, den der Patient in der Tat vielleicht sogar realisieren würde, ein bisschen. Aber er ist ja in Vollnarkose und das macht in der Regel kein Problem. Ja, die Vollnarkose. Milliampere, wenige Milliampere sind das, um es in der Größenordnung zu sagen. Der Patient ist in Vollnarkose. Wie belastend ist für ihn diese Operation? Es ist eigentlich nur die Vollnarkose. Das ist der große Vorteil bei uns im Vergleich zur offenen Operation. Bei der offenen Operation haben wir natürlich noch vielleicht Wundkomplikationen. Man muss darauf warten, bis die Wunde verheilt ist, bis man die Naht entfernen kann. Bei uns ist tatsächlich der Zugang ja nur über die Leistenarterie. Und das heißt, man kriegt einen Druckverband. Man muss einen halben Tag oder man muss am besten einen Tag im Bett liegen. Das verheilt sehr schnell. Und das ist in der Regel kein Problem für den Patienten. Auch das, was wir an der Gehirnader gemacht haben, davon merkt er gar nichts. Es ist im Grunde genommen nur die Folge der Vollnarkose, die bei dem einen mal mehr, mal weniger ist. Weil das kann auch schon mal zwei, drei Stunden dauern, bis das Aneurisma verschlossen ist. In der Regel brauchen wir ungefähr eine Stunde. Aber wenn es kompliziert ist, brauchen wir auch länger. Also für den Patienten ist es wenig belastend. Und als Beispiel, wenn wir das bei uns machen, kommt der Patient zum Beispiel am Dienstag in die Klinik. Am Mittwoch wird er behandelt. Am Freitag geht er wieder nach Hause. Kann es sein, dass irgendwann das Aneurisma doch wieder unter Blutdruck kommt? Ja, das gibt es. Das gibt es sowohl beim operativen Verfahren als auch bei uns. Dass der Blutstrom dazu führt, dass die Keils zusammengedrückt werden und ein Teil des Aneurismas wieder freigegeben wird. Wenn es im geringen Umfang ist, ist es kein Problem. Wenn es in einem größeren Umfang ist und wir wieder ein Aneurisma haben, was die Größe von drei, vier Millimetern erreicht, dann würden wir das nochmal behandeln. Aber das ist kein Problem, dann würde man die Prozedur in gleicher Weise nochmal machen, um das andere mal zu verschließen, wieder zu verschließen. Das kommt schon vor. Das gibt es so bei zehn Prozent der Fälle ungefähr. Und wenn es dann wieder verschlossen ist, bleibt es dann meistens ruhig. Dass man es nochmal behandeln muss, gibt es zwar auch, aber ist äußerst selten. Und der Patient, der geht dann also ein paar Tage später wieder nach Hause und danach ist es dann so, als wäre nie was gewesen? Ja. Man muss natürlich immer wieder in Kontrolle bleiben. Also wir machen regelhaft nach einem halben Jahr eine Kontrollangiografie, um zu sehen, ob die Colts fest sind oder ob sie zusammengedrückt wurden. Und danach muss man in der Kernschulentomographie kontrollieren. Das ist ja harmlos. Das kann man ja auch in der Praxis machen, um zu sehen, nach zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, ob es stabil bleibt. Und vor allem die Patienten, die ein Aneurisma haben, haben auch ein gering erhöhtes Risiko, ein erneutes Aneurisma zu bekommen. Das heißt, man kann ein Aneurisma haben mit 30 und plötzlich mit 50 stellt man das nächste fest. Und es ist immer besser, man empfindet es vorher, als wenn es zu spät ist. Denn wenn es eingeblutet hat, ist es ja immer potenziell lebensbedrohlich. Ja, meinen Sie damit ein Aneurisma irgendwo im Körper oder im Gehirn? Nee, im Gehirn. Also ein Patient, der ein Aneurisma im Gehirn hat, hat das Risiko, ein weiteres Gehirnaneurisma zu entwickeln. Es gibt zwei Erkrankungen, zum Beispiel eine cystische Nierenerkrankung. Die Patienten, die das haben, haben auch ein gehäuftes Risiko, Gehirnaneurisma zu kriegen. Aber dieser Zusammenhang zwischen zum Beispiel Bauchaneurisma und Gehirnaneurisma, der besteht in der Regel nicht. Das sind verschiedene Dinge. Vielen Dank für die interessanten Informationen, Herr Professor Eckert. Und auch schön, dass Sie uns zugesehen haben. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017